Ich folge deinen Geboten nicht mehr. Und ohne die Loyalität meines eigenen Sohnes, wie kann ich davon jemand anderem Unterstützung erwarten? Weißt du, früher waren deine Betrügereien nicht so lahm. Was hast du wirklich damit vor? Ich töte Wednesday. Auf geht's. Es wird niemals Frieden geben. Wir müssen kämpfen. Hey, ist das jetzt der Punkt, an dem du mysteriöse Vorhersagen über mein Schicksal triffst, oder? Du musst dir einfach nur vertrauen, Shadow. Ganz sicher. Hey, wait.